Als nächstes wollen wir uns die sogenannte Stromsteuer-Kennlinie des Transistors angucken. Die Stromsteuer-Kennlinie beschreibt, wie der Name schon sagt, die stromsteuernden Eigenschaften des Transistors, zeigt uns also IC in Abhängigkeit von IB an. Ich will sagen, wenn wir davon ausgehen, dass der Transistor eine konstante Stromverstärkung hätte, die wir B genannt hatten, also das Verhältnis von IC zu IB, dann müssten das eigentlich Geraden sein, die durch den Ursprung gehen. Jetzt kann man auch hier wieder fragen, wie hängt denn diese Kennlinie von UCE ab? Verändert sie sich vielleicht? Denn wenn wir uns den Kollektorstrom angucken und überlegen jetzt, dass wir hier an dieser Stelle die Spannung hochdrehen, dann ist die Vermutung doch irgendwie naheliegend, dass dann vielleicht der Strom hier in den Kollektor größer wird. Also wenn man mal so tut, ist jetzt nicht so, aber wenn man davon ausgeht, das ist hier vielleicht sowas wie ein Widerstand, dann würde man ja mit einer höheren Spannung an dem Widerstand auch mehr Strom hierdurch befördern. Also die Idee zu haben, dass diese Stromsteuer-Kennlinie vielleicht von der Spannung UCE abhängt, die ist zumindest nicht völlig absurd. Entsprechend wollen wir uns das Ganze mal angucken. Jetzt haben wir im Unterschied zu eben hier IB als Variable. Das heißt, wir müssen hier eigentlich jetzt an den Basisstrom drehen und nicht mehr an der Basis-Emitter-Spannung. Das heißt, wir bräuchten hier eigentlich etwas, was uns einen Basisstrom erzeugt, den wir vorgeben können. Und das gibt es natürlich auch. Das ist dann eine sogenannte Stromquelle. Die findet ihr hier oben unter Sources und dann unter den Signal Current Sources. Da findet ihr eine DC-Stromquelle. Eine Stromquelle ist jetzt so ähnlich wie eine Spannungsquelle, nur dass sie eben keine konstante Spannung erzeugt, sondern einen konstanten Strom einprägt. Wenn wir also sagen, die soll jetzt ein Ampere liefern, dann liefert die ein Ampere und stellt ihre Spannung so ein, bis ein Ampere geliefert wird. Gut, umgekehrt eine Spannungsquelle geht hin und stellt 0,7 Volt ein und liefert so viel Strom, wie eben gebraucht wird, um diese 0,7 Volt einzustellen. Wir brauchen jetzt hier die Stromquelle, deswegen gibt es die auch nur noch. Und die kriegt jetzt auch den schönen Namen IB, damit wir wissen, womit wir was zu tun haben. Ein Ampere ist nun wirklich ein bisschen viel, auch wenn wir das gleich als Variable benutzen. Entsprechend ist es eigentlich völlig egal, was wir hier eintragen. Ich schreibe jetzt hier mal 100U hin, was so viel heißt wie 100 Mikro Ampere. Oder auch nicht? Ja, gut, 100 Ampere soll es nicht sein. Achso, das geht hier nur so. Alles klar. Also 100 Mikro Ampere. Und, ja, würde jetzt das Gleiche tun wie eben. Ich wechsle jetzt mal in die Simulation, sage, dass ich wieder eine DC-Quelle wobbeln will. Das wäre jetzt in dem Falle die Quelle IB. Die möchte ich jetzt variieren. Und zwar möchte ich hier laufen von 0 Ampere. Das wäre ein Basisstrom von 0 bis zu einem Basisstrom von, ja sagen wir ruhig mal, 1 Milliampere. Und 1 Milliampere sind 0,001 Ampere. Das Ganze möchte ich gerne, weil ich hier auch wieder vernünftige Kennlinien zeichnen will, entsprechend fein auflösen. Das heißt, ich möchte, ich sage jetzt mal, pro Kennlinie möchte ich mindestens 20 Werte haben. Das wäre dann ungefähr dieses Inkrement. Und dann würde es schon funktionieren. Zusätzlich möchte ich jetzt auch wieder wie eben an der Quelle UCE drehen. Ich gehe jetzt mal aus den Gründen wie eben, gehe ich jetzt mal hin und nehme hier gar keine Spannung von 0, sondern vielleicht mal als Mindest. Zusätzlich gehe ich jetzt aber noch hin und variiere wieder die Quelle UCE. Und zwar auch hier wieder zwischen 0 und 20 Volt mit einem 2er Inkrement. Was ich mir jetzt allerdings anzeigen lassen will, ist nicht mehr wie eben der Basisstrom. Das wäre jetzt ein bisschen albern, wenn ich den Basisstrom quasi in der Simulation einstelle und ihn mir dann ausgeben lasse. Dann sollte hoffentlich das rauskommen, was ich einstelle. Nein, das will ich nicht. Ich möchte mir gerne den Kollektorstrom anzeigen lassen. Also I vom Marker C, vom Tastkopf C, also dieser Strom hier. Den schmeiße ich rein, klicke auf simulieren und gucke, was passiert. Wir sehen eine Kennlinie, die wieder völlig aus der Reihe fällt. Und zwar ist das wieder die rote hier unten. Und zwar aus ähnlichen Gründen wie eben. Wenn wir uns die angucken, dann sehen wir, dass hier de facto kein Kollektorstrom fließt. Also hier steht sowas wie 7 mal E hoch minus 18. Das heißt, das ist hier de facto 0. Es fließt einfach kein Kollektorstrom, wenn ich eine Spannung von 0 Volt zwischen Kollektor und Emitter anlege. Dann funktioniert die ganze Schaltung halt sowieso nicht. Ihr erinnert euch vielleicht, dass ich irgendwann mal sagte, UCE muss größer als 0,6 sein, damit es funktioniert. Und das können wir uns jetzt gleich auch nochmal im Detail angucken. Nehmen wir die mal aus der Betrachtung raus, dann bleiben übrig ein paar andere Kennlinien. Und was man hier jetzt erkennen kann, ist, dass die ebenfalls ja auch auffächern und ja immer weiter auffächern, je mehr Basisstrom ich in die Schaltung jage. Und die liegen bei weitem nicht so eng und so gut zusammen wie die Eingangskennlinien. Das heißt, hier scheint sich wirklich ein bisschen was zu tun, wenn ich an der Kollektor-Emitter-Spannung drehe. Nehme ich zum Beispiel mal die unterste Kennlinie. Das sieht man hier an dem roten Pfeil, dass ich die hier gerade markiert habe. Dann ist das eine Kollektor-Emitter-Spannung von 2 Volt. Wenn ich mir jetzt mal hier einen Punkt nehme, ich sage mal 500 Mikroampere Strom jage ich rein, dann kriege ich raus 100 Milliampere. Wenn ich hingegen eine Kollektor-Emitter-Spannung von 20 Volt nehme, das wäre hier die höchste Kennlinie, diese hier, dann kriege ich da schon Strom raus, der liegt so eher im Bereich von 125, 130. Das kann man jetzt nicht gut ablesen, weil man das nicht gut ablesen kann, setze ich mal einen Marker hier rein, ziehe den mal hier rüber. Und jetzt können wir uns mal die entsprechenden angucken. Dann ein Wert für VUCE2, das sind 2 Volt UCE. Da sehen wir, wir haben ungefähr 100 Milliampere Strom. Das ist hier Y2. Und wenn wir hingehen und uns das Ganze angucken für UCE gleich 20 Volt, dann liegen wir hier schon bei 123, also 125 grob Milliampere. Das ist schon ein Unterschied von offensichtlich ziemlich, ja, guten 20 Prozent, knapp 25 Prozent. Und da würde man vielleicht jetzt sagen, okay, das ist aber schon merklich unterschiedlich. Und deswegen ist es auch im Datenblatt so, dass üblicherweise nicht nur eine Kennlinie hier angegeben wird für diese Stromsteuer-Kennlinie, sondern mehrere Kennlinien für verschiedene Kollektor-Emitter-Spannungen. Was man hier also erkennen kann, ist, die Kollektor-Emitter-Spannung hat durchaus Einfluss auf den Kollektor-Strom bei einem konstanten Basisstrom. Es wäre jetzt also gelogen, oder beziehungsweise war es vorhin in den vorherigen Videos etwas ungenau zu sagen, der Kollektor-Strom setzt sich ausschließlich aus dem Basisstrom mal einen konstanten Faktor B zusammen. Dieser Faktor B hängt nun seinerseits nämlich ab von der Kollektor-Emitter-Spannung. Und als wäre es nicht schon genug, sieht man, glaube ich, auch, dass das hier keine Geraden sind. Wir hatten eigentlich Geraden erwartet oder wollten ganz gerne Geraden haben. Man sieht, dass die zwar hier relativ gerade ansteigen, aber dann gehen alle Kennlinien hier in so eine Art Abflachung rein. Das heißt, die sind nicht hundertprozentig gerade. Deswegen ist auch dieser Faktor B, je nachdem, wo ich hier bin, ein anderer. Denn während zum Beispiel hier aus einem Basisstrom von 500 Mikroampere ein Kollektor-Strom von 100 Milliampere wird, entspricht das ja gerade einer Stromverstärkung von 200. Wenn ich jetzt allerdings hier hinten hingehe, also hier habe ich eine Stromverstärkung von 200 auf dieser grünen Kennlinie. Wenn ich hier hinten hingehe, habe ich hier schätzungsweise 130 Milliampere Kollektor-Strom bei einem Basisstrom von 750 Mikroampere. 130 durch 0,75 sind so ungefähr 180. Das heißt, ich habe hier nur noch eine Stromverstärkung von 180. Dadurch, dass die Kennlinie abflacht, fällt quasi die Stromverstärkung oder wird geringer. Also mit zunehmendem Kollektor-Strom ist die eigentliche Stromverstärkung kleiner oder wird sie kleiner. Was man auch sehen kann, ist, dass bei, das hatten wir ja schon gesagt, dass bei gleichem Basisstrom und einer höheren Kollektor-Ammeter-Spannung, also nehmen wir mal die obere Kennlinie, der Kollektor-Strom größer wird, also auch die Stromverstärkung größer wird. Hier hätten wir jetzt schätzungsweise eben 125 Milliampere Strom durch 0,5 Milliampere Basisstrom. Heißt das, wir hätten hier ungefähr eine Stromverstärkung von 250 schon. Also bei 2 Volt Kollektor-Ammeter-Spannung haben wir eine Stromverstärkung von 200. Bei 20 Volt Kollektor-Ammeter-Spannung haben wir plötzlich eine Verstärkung von 250. Das heißt, dieser Faktor B, die Stromverstärkung, die wir ja auch so konstant angenommen haben und gesagt haben, alles schön, so rechnet sich das aus, das ist ein Wert, der variiert sehr stark. Je nachdem unter welchen Schaltungsbedingungen man unterwegs ist, ist das eben ein Wert, der sich stark verändert. Und das ist auch der Grund, weswegen man diese Kennlinien hier wirklich als solche Kennlinienfelder in den Datenblättern findet, weil man da wirklich öfter mal was ablesen muss und gucken muss, wie genau denn jetzt die Verhältnisse sind. Und das macht gerade auch den Transistor eigentlich relativ schwierig als Bauelement, weil eben alle möglichen Parametereinfluss nehmen auf die Kennlinien und das Ganze nicht schön per einfacher Formel zu beschreiben ist. Und dann auch nochmal hier zusammenfassend, die Stromsteuerkennlinie des Transistors beschreibt den Kollektor-Strom über den Basis-Strom. Und wenn man jetzt an UCE, also der Versorgungsspannung, dreht und die variiert, stellt man fest, erst mal, wenn die Kollektor-Ammeter-Spannung 0 Volt ist, fließt eigentlich kein Kollektor-Strom. Das heißt, das Ding funktioniert schlichtweg nicht. Und die Stromsteuerkennlinie hängt von der Kollektor-Ammeter-Spannung ab. Und zwar in der Art, dass ein größeres UCE zu einem größeren Kollektor-Strom führt. Also, wenn ich die Versorgungsspannung hochfahre, fließt auch mehr Kollektor-Strom. Das ist eigentlich auch das, was man ein bisschen erwartet hätte. Die Größenordnung, die konnte man wahrscheinlich nicht gut einschätzen, aber das ist so eigentlich ganz plausibel. Und zuletzt ist die Stromsteuerkennlinie keine exakte Gerade, wie wir es gerne hätten, sondern die flacht mit zunehmendem Basis-Strom, beziehungsweise auch mit zunehmendem Kollektor-Strom ab. Das heißt, für größeren Basis-Strom sinkt die Stromverstärkung von so einem Transistor und mit zunehmendem UCE steigt die Stromverstärkung eines solchen Transistors. Das heißt, es geht um und zwar in den Blick auf den Balkan, Und zwar in der Balkan-Strom ist ein bisschen mehr, die können wir uns nicht mehr Followen.